Der Affe Der Affe macht einen Turzelbaum. Der Affe Der Affe macht einen Turzelbaum. Der Abend Am Abend scheint der Mond. Der Abend Am Abend scheint der Mond. Abends Ich muss abends um 8 Uhr zu Hause sein. Abends Ich muss abends um 8 Uhr zu Hause sein. Das Abendessen Zum Abendessen trifft sich die ganze Familie. Das Abendessen Zum Abendessen trifft sich die ganze Familie. Abschließen Herr Müller schließt die Tür ab. Abschließen Herr Müller schließt die Tür ab. Alles Tante Lilly kauft alles für unser Picknick. Alles Tante Lilly kauft alles für unser Picknick. Alt Das ist ein altes Auto. Alt Das ist ein altes Auto. Alle Alle Katzen schlafen. Alle Alle Katzen schlafen. Die Adresse Ist das deine Adresse? Die Adresse Ist das deine Adresse? Addieren Wenn ich 12 plus 8 addiere, erhalte ich 20. Addieren Wenn ich 12 plus 8 addiere, erhalte ich 20. Abmachen Ich habe mit ihr abgemacht, dass wir uns um 3 Uhr treffen. Abmachen Ich habe mit ihr abgemacht, dass wir uns um 3 Uhr treffen. Ähnlich Mein Bruder und ich sehen uns ähnlich. Ähnlich Mein Bruder und ich sehen uns ähnlich. Ab Als Sam läuft schneller als Ben. Mama hat sich gefreut, als ich ihr Blumen gepflückt habe. Als Sam läuft schneller als Ben. Mama hat sich gefreut, als ich ihr Blumen gepflückt habe. Anprobieren Mia probiert ein neues T-Shirt an. Anprobieren Mia probiert ein neues T-Shirt an. Anschalten Kannst du bitte das Radio anschalten? Anschalten Kannst du bitte das Radio anschalten? Ängstlich Meine kleine Schwester ist noch ein bisschen ängstlich, wenn sie allein ist. Ängstlich Meine kleine Schwester ist noch ein bisschen ängstlich, wenn sie allein ist. Die Ananas Was kostet eine Ananas? Die Ananas Was kostet eine Ananas? Die Ampel Die Ampel zeigt rot Die Ampel Die Ampel zeigt rot Die Angst Die Maus hat keine Angst vor der Katze Die Angst Die Maus hat keine Angst vor der Katze Anfassen Bei dem Spiel müssen sich alle anfassen. Anfassen Anfassen Bei dem Spiel müssen sich alle anfassen. Anders Diese Orange ist anders als die erste Anders Anders Diese Orange ist anders als die erste Der Anfang Der Anfang Am Anfang des Unterrichts stehen wir alle auf. Der Anfang Am Anfang des Unterrichts stehen wir alle auf. Anfangen Das geht zu schnell. Ich habe noch gar nicht angefangen. Darf ich anfangen? Anfangen Anfangen Das geht zu schnell. Anfangen Ich habe noch bei der Arbeit Anfangen Die Arbeit Meine Mutter ist noch bei der Arbeit Anfangen 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 Ich ziehe mich gerade an. Die Apotheke Vor der Apotheke steht ein Brunnen Die Apotheke Vor der Apotheke steht ein Brunnen Der Arm Die Kinder heben ihre Arme hoch. Der Arm Die Kinder heben ihre Arme hoch. Arm Leute, die kein Geld haben, sind arm. Arm Leute, die kein Geld haben, sind arm. Der Arzt Die Ärztin Die Ärztin macht einen Verband um den Fuß. Der Arzt Die Ärztin Die Ärztin macht einen Verband um den Fuß. Auch Zum Geburtstag habe ich auch ein Buch bekommen. Ich hatte auch schon mal Keuchhusten. Darf ich auch einen Keks nehmen? Auch Zum Geburtstag habe ich auch ein Buch bekommen. Ich hatte auch schon mal Keuchhusten. Darf ich auch einen Keks nehmen? Die Aufgabe Solche Aufgaben sind leicht. Ich bin gleich mit der Aufgabe fertig. Ich bin gleich mit der Aufgabe fertig. Die Aufgabe Solche Aufgaben sind leicht. Ich bin gleich mit der Aufgabe fertig. Das Auto Das rote Auto ist uralt. Das rote Auto ist uralt. Aus Aus Das Spiel ist aus Das Spielzeug ist aus Holz. Der Tee kommt aus China. Aus Das Spiel ist aus Das Spielzeug ist aus Holz. Der Tee kommt aus China. Aus Aufräumen Ich muss heute mein Zimmer aufräumen. Erst wenn das Zimmer aufgeräumt ist, darf ich rausgehen. Aufräumen Ich muss heute mein Zimmer aufräumen. Erst wenn das Zimmer aufgeräumt ist, darf ich rausgehen. Aufstehen Lisa muss früh aufstehen. Aufstehen Lisa muss früh aufstehen. Aufwachen Wach auf! Die Sonne scheint. Aufwachen Wach auf! Die Sonne scheint. Außer Es sind alle da außer Ben. Der ist krank. Außer Es sind alle da außer Ben. Der ist krank. Ausschalten Um 7 Uhr soll der Fernseher ausgeschaltet werden. Emma schaltet ihn aus. Ausschalten Um 7 Uhr soll der Fernseher ausgeschaltet werden. Emma schaltet ihn aus. Aussteigen Am nächsten Bahnhof müssen wir aussteigen. Aussteigen Am nächsten Bahnhof müssen wir aussteigen. Der Ausgang Das Kino hat zwei Ausgänge. Der Ausgang Das Kino hat zwei Ausgänge. Ausgehen Meine Eltern wollen heute ausgehen. Die Kerze ist ausgegangen. Ausgehen Meine Eltern wollen heute ausgehen. Die Kerze ist ausgegangen. Das Baby Das Baby Mama hat ein neues Baby. Das Baby Mama hat ein neues Baby. Backen Mama backt jeden Sonntag Törtchen. Backen Mama backt jeden Sonntag Törtchen. Der Bäcker Beim Bäcker gibt es frische Brötchen. Der Bäcker Beim Bäcker gibt es frische Brötchen. Die Bäckerei Die Bäckerei ist sonntags geschlossen. Das Bad Im Bad Im Bad sind alle meine Waschsachen. Manche Wohnungen haben zwei Bäder. Das Bad Im Bad sind alle meine Waschsachen. Manche Wohnungen haben zwei Bäder. Die Badewanne Die Badewanne Henry spielt in der Badewanne Pirat. Die Badewanne Henry spielt in der Badewanne Pirat. Der Bahnhof Unsere Stadt hat einen Bahnhof. Der Bahnhof Unsere Stadt hat einen Bahnhof. Die Bahn Oma fährt am liebsten mit der Bahn. Die Bahn Oma fährt am liebsten mit der Bahn. Das Badetuch Sam liegt auf dem Badetuch. Das Badetuch Sam liegt auf dem Badetuch. Das Bein Ben hat einen Gipsverband an seinem Bein. Das Bein Ben hat einen Gipsverband an seinem Bein. Der Baum Im Garten steht ein großer alter Baum. Der Baum Im Garten steht ein großer alter Baum. Der Bauernhof Henrys Großeltern haben einen Bauernhof. Der Bauernhof Henrys Großeltern haben einen Bauernhof. Der Bauernhof Henrys Großeltern haben einen Bauernhof. Der Bauer Die Bäuerin Henrys Opa ist Bauer und seine Oma ist Bäuerin. Der Bauer Die Bäuerin Henrys Opa ist Bauer und seine Oma ist Bäuerin. Beginnen. Die Schule beginnt um 8 Uhr. Der Bauch. Tims Bauch tut weh. Die Banane. Heb bitte die Bananenschale auf. Jemand könnte auf ihr ausrutschen. Die Banane. Heb bitte die Bananenschale auf. Jemand könnte auf ihr ausrutschen. Der Bär. Bären lieben Honig. Der Balkon. Das Haus hat einen Balkon. Der Balkon. Das Haus hat einen Balkon. Bauen. Tim baut einen Turm mit seinen Bausteinen. Bauen. Tim baut einen Turm mit seinen Bausteinen. Der Ball. Tor. Der Spieler schießt den Ball ins Tor. Bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Beide Die Zwillinge sehen gleich aus. Sie haben beide rote Haare. Beide Die Zwillinge sehen gleich aus. Sie haben beide rote Haare. Bei Lisa ist bei Susi. Bei Regenwetter spielen wir im Haus. Bei Lisa ist bei Susi. Bei Regenwetter spielen wir im Haus. Bevor Mama joggt, bevor sie frühstückt. Das Bett Wer liegt im Bett? Das Besteck Zu einem Besteck gehören ein Löffel, eine Gabel und ein Messer. Das Besteck Zu einem Besteck gehören ein Löffel, eine Gabel und ein Messer. Der Beruf Mein Vater ist Techniker. Das ist sein Beruf. Der Beruf Mein Vater ist Techniker. Das ist sein Beruf. Das Benzin In diesem Tank passt viel Benzin. Das Benzin In diesem Tank passt viel Benzin. Der Berg Wir wandern heute in die Berge. Der Berg Wir wandern heute in die Berge. Beißen Mir beißt in den Apfel. Beißen Mir beißt in den Apfel. Dann das Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Ich mache gerne Sport, zum Beispiel Turnen. Bequem Die Schuhe sehen nicht sehr bequem aus. Bequem Die Schuhe sehen nicht sehr bequem aus. Die Bettdecke Unter meiner Bettdecke ist es schön warm. Die Bettdecke Unter meiner Bettdecke ist es schön warm. Die Blume Das Gänseblümchen ist meine Lieblingsblume. Auf dem Markt riecht es nach Blumen. Die Blume Das Gänseblümchen ist meine Lieblingsblume. Auf dem Markt riecht es nach Blumen. Blau Tim trägt seine blaue Lieblingskappe. Blau Tim trägt seine blaue Lieblingskappe. Bezahlen Ich habe 5 Euro. Damit kann ich mein Comic selbst bezahlen. Bezahlen Ich habe 5 Euro. Damit kann ich mein Comic selbst bezahlen. Bewölkt Der Himmel ist bewölkt. Bewölkt Der Himmel ist bewölkt. Die Birne In der Birne ist ein Buhren. Die Birne In der Birne ist ein Buhren. Bisschen Ich nasche ein bisschen Schokolade. Bisschen Ich nasche ein bisschen Schokolade. Bleiben Ben bleibt heute zu Hause, weil er krank ist. Bleiben Ben bleibt heute zu Hause, weil er krank ist. Blond Blond Mia hat blonde Haare. Blond Mia hat blonde Haare. Das Brot Der Bäcker backt jeden Morgen frisches Brot. Das Brot Der Bäcker backt jeden Morgen frisches Brot. Die Brille Opa trägt eine Brille. Die Brille Opa trägt eine Brille. Der Boden Das Baby krabbelt auf dem Boden. Der Boden Das Baby Krabbelt auf dem Boden. Das Baby Das Baby